Sehr oft wird einfach immer über Abnutzung gesprochen, da ist natürlich vielleicht schon irgendwo was dran, aber Gelenksprobleme haben sehr viel mit Ernährung zu tun, weil ein Teil davon ist, wenn jemand tierische Produkte isst, wir können nur einen Teil von dem tierischen Eiweiß, kann überhaupt verwertet werden und das Abbauprodukt von diesem tierischen Eiweiß haben wir dann Harnsäure und die Niere kann am Tag nur eine bestimmte Menge Harnsäure ausscheiden, alles was darüber hinausgeht, wird abgelagert. Wo lagert der Körper ab? Klassisch einfach an allem, was weit genug weg ist, an den Händen, auch an den Füßen, klassisch das Großzehgelenk und in dem Moment, wo wir praktisch die tierischen Eiweiße einfach reduzieren, also wenn jemand auf vegan umsteigt, dann ist das natürlich noch einmal ein sehr potenzierter Faktor, aber selbst wenn man schon reduziert, man wird auf alle Fälle merken, dass es einem wesentlich besser geht. Die gute alte Fleischsuppe, die früher einfach mal so als sehr stärkend angedacht war, ist ein Harnsäure-Cocktail. Hier wird das Fleisch richtig gehend ausgekocht und in dem Moment, wo so eine Fleischsuppe zu sich genommen wird, also ist sehr viel Harnsäure drin, das weiß man, es kann einen regelrechten Schub, Schmerzschub geben, also wenn es jetzt Gicht oder Arthritis gibt, also das sind richtige Faktoren, wo sofort auf der Stelle einfach Schmerzen verursacht werden können. In dem Moment, wo wir praktisch diese Faktoren einfach weglassen, wird sehr viel bei der Gelenksgesundheit verbessert.